Ich glaube, ein Athlet erlebt es vielleicht einmal in seiner Karriere, im eigenen Land. Man spürt es jetzt schon. Ich stehe noch nicht im Olympiastadion und ich spüre schon, dass es eine andere Aufmerksamkeit hat. Das ist enorm wichtig und ich glaube, man sollte auch die Chance greifen. Und genau das werde ich auch machen, innerhalb dieser Aufmerksamkeit im eigenen Land da was zu reißen. Berlin zu Hause, in Deutschland, ich glaube, das wird nochmal was Einmaliges. Ich habe das Glück gehabt, dass ich 2009 den Weltmeistertitel von Robert mitgekriegt habe, saß ich auch im Stadion. Und wenn die Atmosphäre und die Leute nur ansatzweise so werden wie da, dann wird es schon richtig, richtig gut. Das ist schon was Besonderes. Also eine Heim-EM, das erlebt man, glaube ich, nur einmal. Also ich glaube, das letzte Mal. Und ich freue mich darauf, weil da werden alle dabei sein. Meine Familie, meine Brüder, meine Freundin, viele Freunde und auch die ganzen Zuschauer, die werden uns natürlich anfeuern. Was ich natürlich hoffe. Und es ist ein ganz besonderer Moment für uns deutsche Athleten, dass wir hier unser Heim-EM haben und wir dann starten dürfen und zeigen können, was wir drauf haben.